hallo und karte kommt röcke ich hab nein das liebkom komforte ja ich hab natürlich alle leute werke alle besoffen oder was ist hier noch aber naja wir gucken mal in fordnerberg ja schon frei durch geht es aber kann man ja ok 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 wir kennen wir alles so haben wo ich einfach neu ist ok janky knochen muss ja ok die charakter sind auch wieder gar die känten die selten gehen könnten muss aber nicht ich kann ja mal nachgucken nähe nicht hier immer am hochgas gab es die vielleicht gelten die fegermeister wacke geist ja die ist selten gewesen ja okay es geht auch genauer was ist die flieger gibt ja die war selten gewählte vor 250 tage war selten gewählte es wieder verkaufen 500 wie war ich glaube die war auch selten ich glaube die war aussehen die war auch cool das vor ihr kommt der hammer vielleicht vor 200 vor 255 tage war die letzten job vor 255 tage war die letzten shop ist die bewerber hat auch leo bei janka bekommen 1000 200 wie war die der gabe des bierkuchen so gerne haben wir ihn auch kinder dauern weibliche variante die wacke lässt vor 50 tage und shop ein und das besonderes so er ist auch wieder korrig nach 100 jahre ist er wieder gar naja so lange ist es natürlich her aber er war cool erst vor jetzt kommt der hammer ich glaube ich frage um der war zuerst vor 500 tage im shop alka falca leute vor 500 tage war er zuerst im shop jetzt ist er wieder da alka war vergammt selten gewesen und er kocht kaum 500 wie war und die biskacke wie lange war die nicht im shop okay 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 die biskacke war auch cool erst vor 500 tage im shop um mein gott wo viele sägen die leute oh mein gott gibt noch mehr sägen die nur war es das alles mal kommt mir kommt mal weiter okay okay ich sehe noch was okay ich glaube gefahr auflegen ich glaube das war auflegen ich glaube der war auch gegen das paket ich glaube ja vor 285 tage im shop jetzt ist es wieder da weiter gehst hier ist immer noch gar das ist auch immer noch gar ja immer noch vorhanden jange musik kacke ja das war alles heute im shop oder was ich auch gibt es heute nichts neues ja heute gibt es nichts neues aber gar für viele seltene ginge ja mir gerade über folgen dafür haben wir viele seltene ginge mir gerade an seltenen shop ist gerne wegen wo 500 tage war und jetzt ist wieder da verletzt mich zu eher gut eingehen wenn ihr verkauft und dann wo ich mal gerne liebe freunde bis zum nächsten mal und danke für zukommen liebe fordner bei mir freunde ich wünsche euch noch ein schönes wochenende ciao